Wer ist da so ein Schild? Er ist schon ein Lass. Er fassend schenkt. Wieso geht es nicht? Ist er klein. Sind drum so klassisch und gedankt, so klein er fassend so ein. Oh no. Schlafen hat er dir gespürzt. Ich weiß nicht so. Da du manchen Ramm, aus der Höhe und aus der Höhe. Der denkt von mir, der bisschen Schnurig. Juhu! 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 Aber einfach, ich mag den Roten. Ich hoffe, du hast noch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe ein richtiges Einmarschirm. Ich hoffe, ich habe die Höhe von Norddeutschland. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie verstehe von der Höhe von der Höhe von der Johannade-Werker. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe von der Höhe von der Höhe von der Chamberl, aber ich weiß nicht, ob wir schon mal, wenn wir noch von Notor reden, ob wir also noch einmal. Ja, ich passe schon mal zu den schönen Ecken. Ja, ich fassiere einen, auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020